Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem nach langer Zeit weiteren Tutorial Video für Open ROADCASTER Software, also kurz OBS. Wir befassen uns heute mal mit erweiterten Alarmen, also wir haben ja in dem Teil 3 bereits uns um die NITIV Alarme gekümmert, wer sich nicht erinnert, das war genau diese Seite mit dem Bot und mit dem DITDEV. Da hatten wir hier die, hoppala, das Easter Egg und jetzt auf der Seite, da hatten wir diese Follower Alerts, die ihr hier nochmal sehen könnt. Und jetzt befassen wir uns mit etwas erweiterten Alarmen, die man ein bisschen besser konfigurieren kann und dafür haben wir hier dieses SubAlert. Ja, ihr geht hier also auf die Seite twitch.tv slash SubAlert, scrollt ein bisschen runter und habt hier SubAlert Download, klickt auf Download hier, ladet euch das Ganze runter. Habe ich schon getan, wie ihr hier seht. So, ich breche das da einmal ab, ihr ladet euch das runter, dann geht ihr in das Verzeichnis und entpackt diesen Ordner hier. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr die Datei hier gerne löschen. Dann gehen wir mal hier in den Ordner rein. Und hier haben wir diese SubAlert Excel. Wenn ihr die jetzt ausführt, kommt hier kurz so ein Info-Video, also so eine Info-Box, wo so ein paar Sachen drinsteht, SubAlert Anniversary und so weiter und so fort. Das könnt ihr einfach mit OK bestätigen und klickt hier, nachdem die Zeit abgelaufen ist, das werdet ihr jetzt nochmal sehen, wenn ich es euch nochmal schnell zeige. Wenn ihr hier schnell auf OK klickt, dann seht ihr hier Please Wait, also ihr wartet kurz und sobald es geht, klickt ihr auf Launch. Als nächstes möchte das Programm euren Channel-Namen haben. Ich wähle dafür jetzt einfach beispielsweise mal meinen eigenen aus, also meinen eigenen Namen. Das ist im Grunde völlig egal. Klicke auf OK und dann könnt ihr hier euch auswählen, was ihr benutzen möchtet. Wollt ihr Twitch benutzen oder wollt ihr Hitbox benutzen? Das ist im Grunde völlig egal. Ihr könnt es euch aussuchen. Das einzige, was bei Hitbox eben wegfällt, wie ihr schon seht, ist diese Hosting Notification. Ist aber dadurch bedingt, dass Hitbox das Host-Feature anderer Kanäle nicht unterstützt. So, wir lassen das einfach mal und gucken uns mal die ganzen Settings an. Wenn ihr jetzt hier auf Start gehen würdet, Enable at least one of the alerts, bedeutet natürlich, wir haben keinen Alarm aktiviert. Wenn ihr hier oben auf Setting geht, steht hier Enable Services. Subscriber, Follower, Donation oder Host. Wenn ihr jetzt was anklicken würdet, dann wäre das Ganze entsprechend aktiviert. So, wir klicken uns einfach mal bei Follower und klicken auf Start und schon bekommen wir hier oben so ein kleines Fenster. Ihr könnt auch hier das Session Lock aufmachen, was ganz praktisch ist. Da könnt ihr dann immer sehen, wer hier zuletzt gefollowed hat oder donated hat oder was auch immer ihr mit dem Programm macht. Und ihr könnt auch hier unten quasi klicken, Test Follower beispielsweise. Dann kommt genau diese Animation. Das ist die Standard Animation mit dem Standard Background. Und die binden wir jetzt erstmal ein in unsere Open Broadcaster Software. Dazu gehen wir hier in OBS. Und ich mache das Ganze jetzt mal ein kleines bisschen kleiner. Ah, nicht ganz so klein. Eventuell ein bisschen größer. Sollte schon passen. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen kleiner gemacht. So haben wir auf jeden Fall alles im Blick. Und wir wollen jetzt also diesen Alarm einbinden. Denn wenn wir jetzt hier auf Test Follower klicken, passiert ja erstmal nichts, beziehungsweise der Alarm kommt hier oben. Aber ihr seht natürlich nichts hier. Das Ganze funktioniert als eine Fensteraufnahme. So, wir sagen hier also beispielsweise Subalert und wählen uns das Fenster das Richtige aus. Das ist nicht Status Window, sondern es ist hier Main Alert. Das wählt ihr aus. Am besten klickt ihr hier noch den Mauszeiger auf, nehmen weg. Das wäre ganz wichtig. Und was ihr hier machen müsst, ist den Color Key zu verwenden. Hakt das Ganze an, drückt hier auf Auswählen. Und klickt dann einfach mal oben in das grüne Feld hinein und schon nimmt er diese Farbe an. Kann sein, dass ihr hier noch die Ähnlichkeit ändern müsst. Ich habe mit dem Wert 40 zum Beispiel eine ganz gute Erfahrung gemacht, aber das ist unterschiedlich. So, wir wählen das Ganze mal so. Klicken hier auf OK. Nochmal auf OK. Haben das Ganze also als globale Quelle hinzugefügt und möchten das Ganze jetzt hier mit Rechtsklick hinzufügen, globale Quelle, Subalert, in die aktuelle Szene hinzufügen. Das Ganze bestätigen wir. Der Name ist schon in Ordnung und jetzt haben wir das also hinzugefügt. Gut. Und wenn ihr jetzt mal auf Szene bearbeiten klickt hier, dann seht ihr schon, sofern die Subalert-Quelle hier unten ausgewählt ist, das ist unsere Subalert-Quelle. Die können wir jetzt irgendwo hin tun, wo ihr das gerne möchtet. Beispielsweise könnten wir jetzt sagen, okay, wir wollen das Ganze unten rechts haben, denn jetzt kommt es ja gerade von unten reingeflogen. Macht ihr das unten rechts hin. Wir wählen Szene bearbeiten wieder ab. Und jetzt sagen wir mal Test Follower. Und schon kommt dieser Follower-Alarm unten reingeflogen. Das ist jetzt die Grundeinstellung. Ihr könnt natürlich noch wesentlich mehr mit dem Programm machen. Das zeige ich euch im Grunde jetzt. So, wir wählen hier also erstmal Return to Config aus und gehen hier mal auf diesen kleinen Edit-Button. Dadurch bekommen wir jetzt hier oben unter anderem das Fenster angezeigt. Wir könnten das jetzt also verschieben, woher auch immer ihr das haben wollt. Das ist allerdings nur bei euren eigenen Desktop. Also es ist auch sehr empfehlenswert, weil gerade bei dem Programm auf jeden Fall einen zweiten Monitor zu haben, wenn ihr das nicht sowieso habt zum Streamen. Ihr könnt es natürlich auch oben lassen. Ihr könnt es irgendwo anders hinschieben. Je nachdem, wie euch das auf eurem Desktop passt, schiebt das Ganze einfach mal wieder nach oben. Wir lassen das mal oben in der Ecke jetzt. Bleibt aber eben selber überlassen. Und nur da, wo ihr das hinschiebt, das bedeutet nicht, dass ihr das dann auch eben entsprechend im Overlay so habt, denn in der Quelle von OBS könnt ihr es gesondert verschieben. So, jetzt haben wir hier also Sachen wie Show Background. Das könnten wir ausmachen. Dann wäre hier wirklich nur noch Name Just Followed. Das Name wird natürlich ersetzt durch entsprechend den Namen, der hier gefollowed hat. Ihr könnt es drin lassen oder auch nicht. Ihr könnt hier auch eine Show Bar machen. Dann hättet ihr einfach nur so eine schwarze Bar. Das bleibt euch selber überlassen. Show Icon könntet ihr machen. Dann hättet ihr hier so ein kleines Applet-Icon. Kann aber alles verändert werden. Und jetzt kommen wir im Grunde zu den erweiterten Möglichkeiten. Wir haben hier also zum Beispiel die Windows-Settings. Die Windows-Settings sagen im Grunde aus, wie groß ist denn dieses Fenster. Wir haben jetzt hier also derzeit 870 in der Breite und 70 in der Höhe. Jetzt könnte man ja beispielsweise sagen, ja, so ein Follower-Alert ist ja im Prinzip ganz nett, aber ich möchte den jetzt hier, wenn ihr auf den Cursor achtet, hier an dieser Kante haben, dass der hier mit abschließt. Dann müsst ihr natürlich die Größe editieren. Wir könnten jetzt hier also beispielsweise sagen, 500, nur mal so zum Test. Jetzt passt das Ganze natürlich nicht ganz rein und ihr müsst das Ganze weiter editieren. Wir haben jetzt hier beispielsweise noch die Text-Settings. Auch die müssen wir natürlich kleiner schalten. Wenn wir das runterstellen, müssen wir die Textbreite hier auch entsprechend runterstellen, sonst geht das Ganze eben raus. Background-Image-Settings im Prinzip ist das Ganze relativ ähnlich. Ihr müsst halt schauen, dass ihr euren Background da mit reinbekommt. Das seht ihr schon. Je nachdem, wie ihr den hier gerade anpasst, seht ihr, dass der größer und kleiner wird. Ihr wollt entsprechend, dass der da reinpasst. Wir können jetzt hier auch mal ein bisschen erhöhen. Dann sieht das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser aus. Beispielsweise wäre jetzt, ne, nicht so viel, aber 530, wie ihr hier seht, wäre jetzt beispielsweise eine ganz gute Wahl. Und dann lasst ihr den hier auf 500 und schon sieht das Ganze relativ vernünftig aus. Und, äh, auch eben die Textbreite auf 500 und dann passt es eigentlich. So. Ich lasse das Icon jetzt mal raus, denn das brauchen wir im Grunde nicht. Könnt ihr hier noch einen Sound auswählen. Könnt ihr hier noch die Lautstärke einstellen, wie laut dieser Sound sein soll. Ähm, dieser Sound hier ist eben der Standard-Sound. Ihr könnt aber auch sagen Select und wählt dann eben, äh, einen Sound von euch selber aus. Und, äh, tut den da rein. Es muss, glaube ich, ein MP3-File sein, soweit ich das hier glaube. Es muss ein MP3-File sein. Ähm, und dann, ja, seid ihr dabei. Der Länge oder Kürze, beziehungsweise, äh, sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt theoretisch auch einen Follower-Sound nehmen. Im Gegensatz zu dem Night-Dev-Alarm, der eine ganze Stunde geht. Ob das jetzt empfehlenswert ist, das sei mal so dahingestellt. Äh, ich kann euch da gerade bei Follower-Alarm doch eher zu kürzeren Sounds raten. So. Jetzt haben wir hier diese Animation-Setting. Wir wollen jetzt also das Teil ungefähr hier rein machen. Macht das natürlich Sinn, wenn das von oben kommt, anstatt dass es von unten reinkommt. Serial ist natürlich blöd aus, wenn es von hier aus unten irgendwie da reinkommt und dann ungefähr da hinfliegt. Deswegen wählen wir jetzt hier natürlich eine andere Animation. Ihr könntet die auch von, ähm, von links nach rechts reinkommen lassen. Auch das wäre im Grunde eine Möglichkeit. So, wir wählen jetzt hier beispielsweise einfach mal Top-Down. Das heißt, er kommt jetzt von unten, äh, von oben nach unten reingeflogen. Und hier habt ihr den Speed. Der Speed sagt, äh, sagt aus, wie schnell das Ganze denn reinfliegt. Wenn ihr jetzt hier auf Test-Animation klickt, kommt das Ding reingeflogen. Ihr seht, dass es relativ langsam reingeflogen kommt, aber es ist auch keine große Animation. Würdet ihr jetzt hier den Speed beispielsweise auf 5 erhöhen, klickt auf Test-Animation, dann seht ihr, dass das Ding wesentlich langsamer reingeflogen kommt. Das bedeutet also, ihr könnt damit rechnen, dass der Speed, das Einfliegen, dauert jetzt 5 Sekunden. Dann bleibt er 8 Sekunden stehen und nach, äh, und nach diesen 8 Sekunden geht er wieder 5 Sekunden lang hoch. Ist natürlich relativ lang, kann aber je nach Animation natürlich Sinn machen. Bedeutet, ihr lasst es jetzt mal auf 2, das Ding heißt, das Ding kommt reingeflogen, innerhalb von 2 Sekunden. Bleibt 8 Sekunden da und verschwindet innerhalb von 2 Sekunden wieder. Somit haben wir eine Gesamtlänge des Alarms von 12 Sekunden. Überlappen tun sich die nicht, selbst wenn ihr Follower, Donation, Host, Subscriber, was weiß ich, gleichzeitig nehmen würdet. Das ist gar kein Problem. Ähm, die kommen dann einfach, äh, quasi, ja, hintereinander weg, aber nicht überlappend. So, wir lassen das Ganze mal so jetzt. Wir könnten hier noch, äh, ja, Bar-Setting verändern. Kann man machen, muss man nicht. Äh, wir klicken jetzt hier mal die, so, Show Preview. Da haben wir die Preview wieder. Das ist ja diese Bar. Wenn ihr die benutzen wolltet, diese schwarze Bar, dann müsstet ihr die entsprechend oben anpassen, äh, entsprechend hier unten auch nochmal anpassen, beispielsweise auch wieder auf 500. Und schon wäre die wieder deckungsgleich. Wir benutzen die jetzt mal nicht, wir sagen jetzt einfach mal, wir benutzen diese, ähm, ja. Dieses, dieses Background, wie gesagt, das könnt ihr alles wechseln. Angenommen, wenn ihr jetzt ein eigenes Background habt, ihr habt ja hier oben Change the Background. Klickt auf Select, auf Select wählt, äh, euer Bild aus, eure Hintergrunddatei, die ihr mitunter vielleicht sogar selbst gemacht habt. Und, ähm, ja, dann habt ihr die da drin. So, ja, was fehlt uns noch? Icon. Ihr könnt auch ein eigenes Icon nehmen, auch hier wieder Bilddatei auswählen. Dann könnt ihr das hier oben einblenden. Äh, auch das ist kein Problem. So, wir lassen das Ganze auch mal raus. Und, äh, können jetzt hier noch den Text anpassen. Hier steht ja in eckigen Klammern Name just followed. Das bedeutet, hier wird immer der Name eingeblendet. Wir könnten jetzt auch, äh, dort reinschreiben, vielen Dank für deinen Follow, Komma. Und dann macht ihr hier den Namen rein. Jetzt seht ihr aber natürlich, dass das Feld oben zu klein ist. Ja. Aber auch dafür ist es an und für sich kein Problem, eine Lösung zu finden. Ihr könnt nämlich nicht nur die Fensterhöhe anpassen, sondern ihr könnt auch die Fensterbreite anpassen, sondern ihr könnt auch die Höhe anpassen. Beispielsweise wählen wir jetzt hier einfach mal eine 100 aus. Dann haben wir hier oben bei den Windows Settings eine 100 ausgewählt und sehen ja schon, dass das eigentlich relativ gut passen sollte. Was wir jetzt also machen, ist, die anderen Höhen eben auch zu ändern. Das heißt, wir gehen, hier zum Beispiel bei Bar Settings könnt ihr das zum Beispiel machen oder auch bei Background Image Settings, dass wir hier sagen, Höhe ist jetzt 100. Das sieht jetzt hier nicht gut aus, denn dieses Background, was hier standardmäßig ist, da seht ihr in der Mitte jetzt so eine Teilung, wir haben das ja quasi gerade verdoppelt, dann sind die zweimal untereinander gereiht. Und wenn ihr jetzt natürlich einen Background habt, was 100 richtig, was die richtige Größe hat, dann sieht das natürlich auch entsprechend vernünftiger aus. Und was wir jetzt auch noch machen müssen, ist die Text Setting auch hier, die Höhe dann entsprechend ändern. Und schon sieht das Ganze so aus. Wir sehen hier also bei 100, da ich die Fenstergröße immer noch nicht ganz, das heißt, wir setzen das mal auf 120 hoch. Und schon sieht das Ganze relativ vernünftig aus. So, wenn wir das Ganze jetzt also schließen durch Save and Close, wie gesagt, das Ding hier bitte aktiviert haben. Klicken auf Starten. Warten kurz ab. Jetzt müsst ihr nämlich hier gleich dieses Follower-Feld, das ist der Z-Schwarz, sobald der Alarm funktioniert, dann wird das entsprechend grün. So, und was immer ganz wichtig ist, ist, wenn ihr das Programm mal neu startet, sobald ihr zum Beispiel auf Return to Config geht, oder sobald ihr das Programm neu startet, kennt OBS dieses Fenster nicht mehr, denn dieses Fenster hier heißt, wie gesagt, Main Alert. Das heißt, jedes Mal, nachdem ihr dieses Programm gestartet habt, nachdem das hier so läuft, geht ihr auf eure Sub-Alert-Quelle, Eigenschaften, also rechtsklick, Eigenschaften, und erkennt hier oben zwar noch Main Alert, das heißt, an und für sich kennt er das Fenster noch, er würde es aber nicht wieder aufnehmen. Das zeige ich euch jetzt mal, indem ich jetzt auf Test Follower klicke, und ihr seht, dass hier nichts passiert. So, klickt ihr jetzt allerdings rechtsklick, Eigenschaften, auf Sub-Alert, und wählt einfach hier wieder OK, sofern da oben Main Alert drin steht. Wählt also Main Alert aus, klickt auf OK, verschwindet, in der Regel, diese Fenster wurde nicht gefunden, Nachricht wieder. Bei mir bleibt die jetzt bestehen, weil etwas anderes fehlt, das ist aber nicht weiter schlimm. Klicke ich jetzt auf Test Follower, funktioniert der Alarm wieder. So, jetzt haben wir hier diesen Follower-Alert, und den können wir jetzt natürlich auch entsprechend oben hinschieben, da würde ich euch da natürlich raten, jetzt geht ihr natürlich so in diese Bar rein, das ist blöd, das wollen wir nicht, das heißt, ihr verschiebt diesen Follower-Alert, das könnt ihr hier machen, rechtsklick drauf, Position, Größe, wir sagen jetzt mal nach unten bewegen, oder ja, am besten nach unten bewegen, ne, das war sogar falsch, Reihenfolge ist das, wir sagen jetzt mal ganz nach unten bewegen, und wählen den entsprechend ein kleines Stück hoch, so dass der zumindest über dem Spiel liegt, das heißt, wir gehen nochmal auf die Reihenfolge, und sagen, nach oben bewegen, und jetzt haben wir das Ding quasi über dem Spiel, ich schiebe das jetzt nochmal hier oben in die Ecke, ungefähr so, und jetzt sollte das Ganze passen, wir machen nochmal Test Follower, und dann seht ihr, dass das unter der Bar durchkommt, das heißt, es wird nicht überlappt, sondern der Follower-Alarm kommt unten durch. Das ganze Fenster könnt ihr jetzt natürlich noch anpassen, wir haben jetzt hier noch so einen kleinen Rand, ihr könntet das entweder über die Konfiguration von Sub-Alert komplett randlos machen, oder aber ihr könnt euch auch eines kleinen Tricks bedienen, indem ihr jetzt einfach hingeht und das Ding anklickt, das Sub-Alert-Fenster, und das manuell so ein bisschen verschiebt. Seht ihr dann ungefähr so aus. Jetzt haben wir das so ein bisschen an den Rand geschoben, so dass die Differenz quasi nicht mehr sichtbar ist. Jetzt haben wir das bündig, also mit dem Overlay. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen die Breite bearbeiten, dass es wirklich genau bis zu dieser Kante geht, das ist aber, wie gesagt, so ein bisschen, das ist ein bisschen Fine-Tuning, bedarf, denke ich, soweit keiner Erklärung, das bekommt ihr dann eben auch selber hin. Ja, soviel zu dem Follower-Alert. Mit den Host-Alerts funktioniert es im Prinzip ähnlich, wenn wir uns das mal anschauen. Ihr habt ja also wieder die gleichen Optionen, die ihr einstellen könnt, ihr habt wieder einen Text, den ihr unten machen könnt, und ihr könnt mittlerweile auch Minimum-Virus-to-Pop-up dort einstellen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Hosts mit einem Zuschauer, weil es im Grunde keinen Sinn macht, das sind in der Regel dann eben Kanäle oder Zuschauer, die sich denken, ach ja, ich hoste jetzt mal, eventuell auch so ein bisschen einfach nur euren Stream stören wollen durch unnötige Alarme, dann könnt ihr das entsprechend hochstellen, beispielsweise. Nur Leute, die zum Beispiel mindestens, ja, was weiß ich, fünf Zuschauer haben oder eben zehn, dann poppt das eben auf. Hier könnt ihr natürlich den Text einstellen, ansonsten wieder Icon-Settings, Bar-Settings und so weiter, exakt wie beim Follower-Alarm und auch eben die Größe des Fensters. Wobei, das müsst ihr immer bedenken, dieses Windows-Setting ist immer gleich. Ihr könnt ein anderes Background-Image einstellen, ihr könnt andere Text-Settings einstellen, also das ist für jeden Alarm unterschiedlich. Ihr könnt jetzt hier beispielsweise einen anderen Text reinmachen, ihr könnt eine andere Text-Größe reinmachen und so weiter und so fort. Aber das Windows-Setting, da das ja euer Alarmfenster ist, wie ihr hier schon seht, passt jetzt nicht, weil wir hatten es gerade für den Follower-Alarm eingestellt, die Windows-Settings bleiben immer gleich, denn ihr bekommt nur ein Alarmfenster für alle Alarme gleichzeitig, sonst wäre der Bildschirm natürlich auch entsprechend überfüllt. So, das also dazu. Das braucht ihr jetzt also für den Host. Ihr braucht hier, steht unten, Connect to Twitch. Klickt also auf Connect und damit ist die Sache für euch im Grunde schon erledigt. Ihr müsst wirklich nur auf Connect klicken, gebt eure Daten ein, bekommt dann so eine Art API-Key. Das Programm nimmt diesen API-Key und kann dann eben diesen Host-Alarm mit aufrufen. Bei Donations ist das Ganze auch wieder ähnlich, das heißt, ihr habt wieder, wie gesagt, das gleiche Windows-Setting, aber ihr könnt wieder andere Backgrounds einstellen und so weiter und so fort, beziehungsweise ihr könnt auch sagen Minimum to Show, also beispielsweise ihr wollt erst Alarme ab 5 Dollar beziehungsweise Euro an Donations bekommen. Ihr könnt Emoticons aktivieren für Donations, also in den Text rein. Die könnt ihr hier auch managen, da seht ihr die ganzen Emotes. Ihr könnt zwischen verschiedenen Donations-Seiten, die ihr verwendet, entscheiden oder aussuchen, welchen ihr verwenden wollt. Support to Stream, Donation Tracker, I'm Racing, Stream Tips, Tiltify oder eben Twitch Alerts. Und ihr könnt auch hier beispielsweise Donations-Sounds einstellen. Das reicht von, ja, verschiedene Sounds, die ihr einstellen könnt, über die Reichweiten von eben den Beträgen bis hin zu einem Top-Donations-Sound. Den könnt ihr quasi manuell machen. Bedenkt aber, dass wenn ihr einen Top-Donations-Sound macht, dass dieser Top-Donations-Sound immer abgespielt wird, wenn die Donation, die derzeit höchste ist, in der Sitzung, wo es aber läuft. Bedeutet, wenn ihr jetzt einen super tollen Sound habt, der von mir aus fünf Minuten geht, weil tausend Dollar oder mehr, wäre ja ein absoluter Hammer, dann wird selbst dieser tolle Sound von dem Top-Donations-Sound überspielt. Deswegen benutze ich beispielsweise derzeit keinen Top-Donations-Sound. Und ich habe halt hier die ganzen Felder gefüllt. Umso stärker, umso krasser die Donation, umso, ja, äh, besser der Sound, heftiger der Sound, wie auch immer. Äh, das könnt ihr euch komplett, äh, wie gesagt, auch selber machen. Ihr könnt, äh, für die Nachricht, die auf dem, die dann angezeigt wird, könnt ihr dir beispielsweise Words-Band, dafür habt ihr hier diese, diese Band-Words-Oberfläche beispielsweise, wenn euch jetzt die ganze Zeit jemand mit, äh, äh, du, keine Ahnung was, du, ah, ne, ich muss das nicht weiter ausführen, dann könnt ihr das so adden oder einfach nur das Wort eben entsprechend und dann würde das eben auch aus der, äh, Liste, da herausgenommen werden, ne, ihr seht ja hier, Add your Band-Words here and if the message of the nickname contains those words, it won't show up on screen. Das bedeutet, die Donation wird dann einfach nicht angezeigt. Kann ganz praktisch sein, wenn ihr mit, äh, ja, insbesondere mit vielen Trollen zu tun habt, muss aber nicht. So, und was ihr jetzt zwingend braucht, ist auf jeden Fall, je nachdem, je nach welchen, je nach welchen Dienst ihr benutzt, beispielsweise bei Donation Tracker braucht ihr euren Username und den API Key, den ihr entsprechend aus, äh, eurem, ja, Account bekommt, auf der Account-Seite von dem Donation Tracker. Bei Stream-Tipp ist das ähnlich, braucht ihr eine Client-ID und einen Access-Token, bei Support-to-Stream braucht ihr nur einen API-Key, das ist, äh, unterschiedlich, bei Twitcher wird es ebenso, könnt ihr euch aussuchen, was ihr da verwendet. Einen dieser Dienste müsst ihr verwenden, denn rein mit PayPal funktioniert das nicht. Okay. Damit hätten wir auch den Donation, äh, Alert und bei den Subscribers ist es relativ ähnlich, da braucht ihr hier einen Twitch-Token, dass wir das hier generieren müssen, denn die Subscriber-Alerts funktionieren im Prinzip über den Chat, der auf IRC basiert, ähm, das heißt, Double Alert braucht hier einen Twitch-Token, um als euer Broadcast-Account, äh, also als euer Twitch-Account eben auf den Chat zugreifen zu können und, äh, wenn ihr den habt, dann, ja, das ist er euch generieren, dann könnt ihr den hier eintragen und, äh, schon habt ihr Subscriber-Alerts. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt, äh, die Möglichkeit, Subscriber zu nehmen, also ihr seid mit Twitch gepartnert. Ja, was haben wir noch? Ja, wir können jetzt hier alternative Server einstellen, sollte es Probleme geben, sollte es nicht angezeigt werden, in der Regel aber nicht nötig. Ihr könnt hier den Re-Sub-Tag enablen oder disablen, also, falls ihr, äh, einen Subscriber schon mal gehabt habt, könntet ihr sagen, okay, der soll mir als Re-Sub angezeigt werden und hier natürlich auch wieder den Namen, ihr könntet Combos enablen, ja, das würde beispielsweise bedeuten, ja, Combo-Time innerhalb von 5 Minuten, ne, könnt ihr sagen, okay, innerhalb von 5 Minuten, die nächsten Donations, äh, die nächsten Subscriber, die reinkommen, das wird, äh, quasi eine Combo und ihr könntet jetzt zum Beispiel sagen, ja, ab dann und dann ist beispielsweise, hier werden spezielle Combo-Sounds ausgelöst, hier habt ihr dann hier Managed Combo-Sounds, klickt ihr drauf, 2er, 3er, 4er, 5er Combo und so weiter und so fort, äh, oder auch Combo-Time-Up, also wenn die Zeit vorbei ist, dann könnt ihr hier auch eben entsprechende Sounds, äh, auswählen. So, ich schließe das Ganze, wie gesagt, ich hatte jetzt nur Follower aktiviert, ihr könnt aber auch alles andere aktivieren, gesagt, ihr könnt es genauso gut mit Hitbox machen, äh, das funktioniert also ähnlich, wie gesagt, auch hier braucht ihr bei Follower, braucht ihr nur, äh, den Namen, den habt ihr hier schon eingetragen, bei mir oben steht jetzt Channel Names Ragey, wenn ihr den ändern wollt, könnt ihr hier auch noch auf Reset klicken, äh, bei Subscriber müsst ihr hier ein Hitbox-Token generieren lassen, äh, dann steht hier auch nicht mehr Not Set, sondern dann steht da Set und wird grün, ja, und, so funktioniert im Grunde das Programm, und wenn ihr zufrieden seid damit, wie gesagt, klickt ihr auf Start, wartet bis das hier grün wird, wenn es hier oben grün wird, äh, ist alles gut, und, äh, dann funktioniert das Ganze auch, ihr könnt ihr wie gesagt dann diese Tast, diese Test-Tasten drücken, wenn ihr euch nicht sicher seid, immer dran denken, hier, neu gestartet, also wieder aktivieren, und schon habt ihr den Sound wieder, äh, habt ihr den Alarm wieder drin, so, äh, ja, soviel zum Sub-Alert, war jetzt mal eine Extra-Ausgabe, weil das Programm doch ein bisschen komplexer ist, komplexer zu, äh, entsprechend, äh, zu erklären, ich hoffe, euch hat's geholfen, ihr könnt's gerne benutzen, wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentarfunktion, ansonsten, im nächsten Video geht's dann mal um, äh, Chatbots, äh, insbesondere für Twitch, und in dem letzten Video, was ich dann wahrscheinlich erstmal für die Serie machen werde, geht's dann um so erweiterte Kniffe für OBS, wie man am besten Einstellungen von der einen Szene auf die andere überträgt, ich könnte das nämlich einfach hier klicken, oder aber, man kann das mit einem Texteditor machen, und das Ganze ist dann entsprechend einfacher, man muss natürlich nur entsprechend gucken, dass man nichts Falsches kopiert, und macht am besten vorher von dieser X-Conflict-Datei eine Sicherungskopie, aber wie gesagt, das kommt in einer, ja, anderen Episode von diesen OBS-Tutorials, vielen Dank fürs Zuschauen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.